Musik Ich freue mich, dass wir zusammen mitten durch diese Adventszeit gehen. Haben Sie nicht oft auch das Gefühl, das ist ein Fass ohne Boden? Hat man ein Haus gebaut und die Rechnungen nehmen kein Ende. Ein Fass ohne Boden. Das Geld für meine Kinder. Vier Kinder. Kindererziehung. Ein Fass ohne Boden. Elektronische Geräte, neues Handy, neues Laptop, neuer Fernseher. Boah, Investitionen ohne Ende. Ein Fass ohne Boden. Eine Beziehung. Man muss ständig hinein investieren. Und immer wieder das Gleiche. Immer wieder wird man schuldig. Immer wieder von vorne anfangen, wie ein Fass ohne Boden. Hinter dieser Redensart, ein Fass ohne Boden, steckt eigentlich. Schüttet man etwas in ein Fass, das keinen Boden besitzt, so läuft es immer wieder aus. Das Fass wird also nie voll. Sodass die Aufwendungen, sodass sich die Mühe nicht lohnt und alles umsonst ist. Dieses Bild des sich Mühenden findet sich schon mehrfach in der griechischen Mythologie, so auch in der Sage der 50 Töchter des Danaos. Sie wurden mit den 50 Söhnen des Ägyptos, dem Zwillingsbruder von Danaos und seinem Widersacher zwangsverheiratet. Auf Befehl ihres Vaters ermordeten sie dann in der Hochzeitsnacht die Männer, wofür sie von den Göttern bestraft wurden. Sie wurden dazu verdammt, in der Unterwelt beständig Wasser in ein löchriges Fass zu schöpfen. Deshalb spricht man auch von dieser Danaiden-Arbeit. Etwas völlig Zermürbendes, etwas unendlich Mühseliges und Sinnloses. Andere Quellen weisen auf ein altes mittelalterliches Recht hin, wollte ein Verkäufer verdorbene Getränke verkaufen. So wurde zur Strafe den betreffenden Fässern der Boden ausgeschlagen. So haben im 14. Jahrhundert städtische Angestellte der Stadt Nürnberg, wenn sie sauer gewordenes Bier entdeckt hatten, den Fässern die Böden ausgeschlagen, damit die Händler es nicht mehr verkaufen konnten. Ein Fass ohne Boden. Und wisst ihr was? Ich habe das alte Testament im Studium studiert. Ich habe auch das Neue Testament studiert. Und wenn ich mir die Geschichte Gottes mit den Menschen anschaue, dann habe ich den Eindruck, das ist doch ein Fass ohne Boden. Da müht sich Gott ab. Hunderte, tausende von Jahren, da müht sich Gott ab, mit großer Geduld und Liebe an die Menschen ranzukommen. Aber die Menschen gehen ständig ihre eigenen Wege. Die Menschen motzen, sind unzufrieden, sie rebellieren. Sie wollen eigentlich unabhängig von Gott leben. Und genau in dieser Zeit, wo Jesus als Messias angekündigt wird und es kurz vor seinem Kommen steht, da scheint das Fass überzulaufen. Er kommt in sein Eigentum. Aber die Seinen, die nahmen ihn nicht auf. Paulus beschreibt die Lage in Römer 1. Wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat Gott sie dahin gegeben, in verkehrtem Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Vollneid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Verleumder, Gottesverächter, ungehorsam, unvernünftig, unbarmherzig. Lohnt es sich für Gott in dieses Fass ohne Boden noch zu investieren? Und dann lesen wir plötzlich im Römer 5, dass Gott ein neues Fass aufmacht. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in uns, obwohl es so oft ein Fass ohne Boden ist. Die Liebe Gottes wird weiterhin ausgegossen. Und Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, dass er für uns ist. Wissen Sie, viele im Alten Testament, viele Persönlichkeiten, viele Biografien handeln davon, dass sie wie ein Fass ohne Boden sind. Und es für Gott unendlich Mühe ist, da zu investieren. Aber jetzt an Advent, da feiern wir das, dass Gott nach wie vor die Liebe in unsere Herzen gießt. Ich wünsche es Ihnen, dass Sie in dieser wichtigen und wertvollen Zeit erfahren, Gott kümmert sich um sie. Er müht sich nach wie vor ab. Auch wenn er manchmal den Eindruck hat, sein Fass ohne Boden. Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, das lohnt sich nicht, vergebene Liebesmühe. Nein. Gott müht sich weiterhin um uns. Das lernen wir aus der Geschichte. Das lernen wir in unserem Leben. Das lernen wir von Jesus. In diesem Sinne, Shalom und Amen.